Herzlich Willkommen zurück zur Pokémon-Pearl-Edition, meine lieben Freunde. Jetzt und das, wir schauen, was für ein Pokémon wir auf der Route 35 denn bekommen. Und es ist ein... Mobile. Okay. Das ist jetzt nicht so cool, weil wir Mogelbaum im Prinzip in der Overworld schon bekommen können, aber... Ich werde da jetzt auch... Ich werde das jetzt auch nicht ignorieren, sagen wir mal so. Also passt schon. Die Frage ist halt, wie mache ich jetzt weiter? Ich glaube, ich werfe einfach mal einen Ball und schaue, ob mir das irgendetwas essentiell nützt. Oder ob ich das tatsächlich noch weiter schwächen muss, weil ich habe jetzt die Fangrate von Mobile als relativ hoch im Kopf. Und es scheint tatsächlich so zu sein, denn ich habe schon gefahren. Gut. Schön, wenn solche Sachen kein Problem darstellen. Also. Ja, genau. Kommt zu meinem Pokédex. In order to adjust the level of fluids in its body, it exudes water from its eyes. This makes it appear to be crying. Okay. Also, um irgendwie die Flüssigkeit in seinem Körper den Griff zu bekommen, muss es das Wasser über seine Augen hinaus loswerden. Okay. Gut, ich nenne dieses Ding einfach mal, ähm, weil sich, ja gut, wobei, ne, so, so, so nenne ich Mogelbau. Ich nenne das Ding einfach mal Sarah. Äh, ne, Moment, ich habe eine bessere Idee, ähm, ich habe eine bessere Idee. Es hat ja hier drei Bäume, deswegen nenne ich jetzt einfach mal, äh, three house. Hey, das passt hin. Weil, ja, wie gesagt, er hat drei Bäumenschränke da oben und er ist irgendwie ein Baum, daher three house. Yay. Okay. Gut, da wollen wir hier auf der Route 34, wie gesagt, weitermachen. Hier gibt es einige Trainer, die man bekämpfen kann. Und im Originalen Horde Gold und Soul Silver gab es hier unter anderem auch Pokémon wie Abra zu fangen und auch Ditto. Und Ditto ist natürlich sehr, sehr cool, weil im Prinzip, ähm, es direkt nebenan die Pension gibt, in welcher man mit Ditto dann praktisch jedes Pokémon züchten kann. Was extrem cool ist. Und ich weiß noch, als Pokémon Horde Gold und Soul Silver das erste Mal rauskamen, wollte ich unbedingt als Starter-Pokémon ein Tornupto, welches Sondersensor kann, beziehungsweise ein Feu-Riegel. Das konnte man aber nur züchten. Und zwar nur in Horde Gold und Soul Silver. Das wusste man damals, weil die Spiele natürlich schon wesentlich früher in Japan in den USA draußen waren. Als habe ich damals meinen Bruder angepumpt, dass er so schnell es geht irgendwie nach, äh, hier durchsuchtet. Dann habe ich ihm ein Volnona rübergetauscht, was Sondersensor kannte. Er hat ein Feu-Riegel genommen, hat es mit diesem Feu-Riegel gepaart. Und dann hatte ich ein Feu-Riegel mit Sondersensor. Natürlich muss das ein männliches Volnona sein, was nicht so einfach zu bekommen ist und ein weibliches Feu-Riegel. Aber das hat dann funktioniert. Was wie gesagt ziemlich cool war, weil ich dann eben eine zusätzliche Attacke hatte. Und, äh, ich würde es jederzeit wieder machen, weil Sondersensor ist einfach nützlich. Viele AP, sehr stark, vor allem im frühen Spiel enorm mächtig. Aber, ja, ich meine natürlich... Oh, Gena? Oh, Gena? Ja, ich glaube, ich haue Charme mal raus, weil Gena scheint mir dann noch ein bisschen besser zu sein als das ganze andere. Aber ja, und von daher, das ist schon ein Ort, den ich damals sehr erstrebt habe. So, das muss ich ein bisschen aufpassen. Passend, deswegen wechsle ich immer wieder zurück. Und da kommt scheinbar Mobile wieder raus. Von daher... Ist mir nicht darauf gefallen, dass das Pokémon, was im Prinzip draußen ist und schon kämpft, dass das nicht mehr aus dem Pokéball kommt. Und ebenfalls ein nettes Detail, woran man hier gedacht hat. Aber ja, also das ist schon cool, vor allem eben, weil die Pension tatsächlich mal wirklich früh kommt. Wir sind jetzt vor dem dritten Orden, die Pension kommt schon. Das hat man nicht unbedingt immer... Ich glaube, im schwarzen Weiß ist sie noch ein bisschen früher. Aber... Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Aber wie gesagt, ich... Ich glaube, das war dann noch früher. Aber kommt dem auch nicht so häufig vor. So, ähm... Genau, klar kriegst du meine Telefonnummer. Bitte ruf mich an, um mir zu sagen, dass du dabei versagt hast, ein Willis Hauptsitz zu fragen. Weil das sind nicht die, äh, Nachrichten, die ich gerne bekomme. Oh, ich verstehe, wir brauchen ein Gegengift. Äh, da müsste ich doch noch einige haben. Ja, genau, Antidote hier. Für Kiraga. Sehr schön. So, dann ist auf jeden Fall hier noch eine Camp Arena. Die erinnere ich mich sehr gut. Was hier ein bisschen schade ist, ist, dass... Die Anrufe von diesen Trainern wirklich nur noch sinnlos sind. Das ist tatsächlich einer der wenigen Sachen, die in Gold und Silber besser waren. Denn... Sie einen Rückkampf wollen, dann sagen sie ja gar nicht. Man muss sich ja selbst anrufen, um einen Rückkampf zu wollen. Zwar rufen sie einen später tatsächlich auch mal an für einen Rückkampf. Aber erst nach dem sechsten Orden, soweit ich weiß. Also, das dauert tatsächlich einige Zeit, bis sie das überhaupt mal machen. Und, ja, ab dem Punkt, das war dann schon abgenervt, weil die nur eine Ende. Oder um einem Items zu geben. Das kommt auch nicht mehr wirklich vor. Das war damals Kristall-exklusiv, soweit ich weiß. Ich glaube, das gab es in Gold und Silber nicht, dass die wegen Items angerufen haben. Aber da tatsächlich schon. Und da ging eben, und darauf wirklich hinaus, schon ein bisschen was verloren. So. Wie kann ich mich um den kümmern? Hier. Da ging schon hier ein bisschen was verloren. Weil hier kommt einem die Anrufe einfach nur noch sinnlos vor. Die Mama, die hier anruft, weil sie einem ständig irgendwelche neuen Items gekauft hat von dem Geld. Ich meine, klar, es ist selten eine Bär, die man sonst nicht bekommen kann. Okay. Aber trotzdem. Die Telefonfunktion ist, finde ich, hier tatsächlich schlechter genutzt. Auch wenn es natürlich besser ist, dass man hier unendlich viele einspeichern kann. Das ist zweifelsohne besser. Was ist aber, aber dadurch, dass es trotzdem sinnlos wirkt, merkt man umso mehr, wie fehlerhaft das ganze System eigentlich tatsächlich ist. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung dazu. Vielleicht habt ihr hier eine andere, so Skyplume. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wirksle einfach mal, äh... Bisa Knosp. Also schauen wir da mal an, was das da ist. Ah, es ist Hubbeluf. Gut, das ist perfekt, weil das kann ich mit meiner Säure auf jeden Fall ausschalten. Schöne Löwenzahn, den du da auf dem Kopf hast. Aber du bist Unkraut. Von daher, obwohl ich jetzt sowieso nicht unbedingt das Unkraut bezeichne würde, wie viele andere. Weil ich finde Löwenzahn eigentlich eine ziemlich schöne Blume. Ich weiß gar nicht, was man hier dagegen haben. Und das sage ich nicht nur, weil ich früher ein riesiger Löwenzahn-Fan war. Oh, ich habe das so gerne angeschaut. Und die Sendung mit der Maus. Das waren beide Sachen, die ich mir richtig gerne angeschaut habe. Und die vielleicht doch besser sind als Galileo Mystery heutzutage. Vielleicht. Aber nur vielleicht. So, hier heilen wir mal. Die Route ist schon sehr auf Gift ausgelegt. Ich habe das Gefühl, jede Route hat so ein bisschen ihren Team. Und auch jede Arena. Aber hier habe ich das Gefühl, sie ist extrem auf Gift ausgelegt. Wow. Echt, hier ist nichts. Okay, vielleicht ist hier was. Aber Samen schaut mich an. Ernsthaft, Leute. Oh, ein Kadabra. Das, da werde ich sowas von. Okay, gut. Er ist von selbst geprüftet. Also natürlich gab es hier früher nur Abras. Dass man wilde Kadabras sieht, ist eher selten in Pokémon. Ich glaube, es gibt ein paar Orte. Aber wie gesagt, ist es eher selten. Aber, ich meine, das Spiel macht es möglich. Also von daher. Opa. Open, open. Oh, gute Arbeit, Opa. Die Pokémon, die du für mich aufgezogen hast, sind so gesund wie nie zuvor. Aber das Merl hat irgendwie einen Sprachwähler davon getragen. Oh, du siehst auch fit aus. Ah, ich weiß. Oh, hallo, Caleb. Hi. Hier, lass mich dich vorstellen. Das ist Caleb. Er ist ein Trainer. Wie du uns an seinen Pokémon hinten in dir erkennen kannst. Hi. Hi. Hm, er scheint besser und besser darin zu werden, Pokémon aufzuziehen. Naja, nicht so gut wie du, Opa, natürlich. Komm, folg mir, Caleb. Mein Opa ist wirklich sehr gesprächig, muss ich sagen. Unglaublich. Äh. Aber was ist denn hier zu reden? Ja, ich komme ja schon. Oma, lass mich dir meinen Freund vorstellen. Das ist Caleb. Aha. Das ist also dein, ähm, fester Freund. Haha. Ich verstehe, Lyra. Hm. Äh. Was? 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 Oma? Nein. Was redest du da? Äh. Nein. Nein. Äh. 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 Er lebt nur nebenan. Calebin! Calebin! Oh, dein Merle hat es auch schon ins Herz geschlossen. Hahaha. Ich weiß, ich weiß. Da du ihn hergebracht hast, Lyra, musst du sehr sicher sein, dass er talentiert ist. Richtig. Ähm. Du weißt, Caleb. Komm. Seh uns. Äh, komm uns mal besuchen. Ähm, ja, ich, äh, ich, 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 ich geh mal wieder. Oh. Du bist so rot wie eine Tomate, stimmt irgendwas nicht? Äh, 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 wir sehen, wir sehen uns. Äh, 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 oh, das hatte ich fast, fast vergessen. Ähm, ähm, hier, das ist meine, ähm, Puckecom-Nummer. Okay, du sagst, wir sind nicht fest zusammen und dann gibst du mir deine Handynummer. Äh, äh, nein, nein, äh, ähm, ähm, du kannst bloß mit deinen Pokémon reden, wenn sie dir folgen. Äh, und dann machen sie lauter cooles, äh, äh, total süße Sachen, ähm, auf der Straße oder, oder in den Dörfern, ähm, und das, 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 das zeichne ich mir immer auf. Das ist voll süß und ich teile es auf Twitter und, ja, ruf mich einfach an und, und wenn du sowas Süßes siehst, dann teile es mir bitte mit. Okay, okay, nicht für was anderes. Äh, Oma, äh, sag niemandem irgendwas. Wir sind nur Trainer und, ähm, wir müssen Nummernaustausch, verstehst du? Und, oh Gott, ey, ich, ich geh mal. Omen, omen. Äh. Äh, jo, Digga, ich hab gehört, dass Vollkrassfrau abgeschleppt. Hä? Ey, war nur ein Scherz. Äh, schläfst du noch? Nein. Oh, okay, okay. Also, ich hab versucht, ein Kadabra zu fangen. Ja? Junge, ich hab grad gegen dich gekämpft, aber soll ich noch schlafen? Stimmt. Naja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, es ist geflüchtet. Ich hätte mehr Pokémon haben sollen. Ich werde natürlich auf jeden Fall keins meiner Pokémon bei der Pension abgeben. Äh, 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 ja, 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 die haben nicht gegeben unsere Nummer. Kannst du einfach mal schauen, warum nicht aufzählen? Wow. Ich verstehe dich wirklich super. Okay, gib einfach mal die Nummer. Moment, von deiner Frau auch? Ja, schon, okay. Ruf uns an, wenn wir Pokémon haben. Ähm. Wenn du Pokémon bei uns hast, ich würd dir gern, äh, äh, nützlich sein. Ähm. Und diesen Pokémon benutzt, den lieben Rabbi gegeben hat. Vollkohl von Willebs. Ja, ich hab alles verstanden. Ich bin auf der Patrouille und suche nach sehr verdächtigen Individuen. Ja, da, das sind die Polizisten, gegen die man nur nachts kämpfen kann. Das hatten wir auch in Diamond und Pearl. Die gibt's übrigens nur in diesen beiden Spielen. Was auch so ein bisschen, äh, eine Anspielung darauf hat, dass das hier möglich sein könnte. Allerdings gab's Diamond und Pearl auch Trainer, gegen die man nur morgens kämpfen konnte. Nämlich die Jogger, die es wiederum nicht gibt. Also, vielleicht war's dann auch nicht so klar. Kommt auch an, wie man sie interpretiert. Verfolgung? Okay. Egal. Äh, du stirbst. Bitte, Game Freak. Macht genau das aus Zertrümmerer und Zerschneider wie hier. Weil hier sind sie tatsächlich nützlich. Es ist einfach so cool. Ich weiß, ich sag das oft, aber ich kann's nicht oft genug sagen. Es ist einfach episch. Moment, war das schon der letzte Trainer? Ich hätte schwören können, dass es hier mehr gibt irgendwie. Also wirklich. Das ist wahrscheinlich für fast ein bisschen wenig, aber... Also die Route 34 wurde mit Sicherheit nicht verkleinert. So viel kann ich, kann ich sagen. Aber... Ja, was weiß ich. Oh, Eroass. Einfach so. Das ist cool. Es ist eine Attacke, die nie verfehlt. Egal, wie hoch der Gegner seine Flucht, oder wie hoch der Gegner seine Fluchtwelle erhöht, oder wie niedrig die eigene Genauigkeit ist. Aber, nee, hier ist echt niemand mehr. Okay. Aber ich hab eben gerade kein Flug-Pokémon, deswegen... Hätte ich jetzt Hut-Hut noch? Also meine Tasche labwärts was anderes, aber der ist irgendwie tot. So, Ducatia City. Die riesige Stadt. Der Radioturm in Ducatia City ist eine riesige Sehenswürdigkeit. Sie haben gerade eine Werbekampagne. Sie will modifizieren deinen Pokécom, sodass du es als Radio benutzen kannst. Okay, das ist cool. Das ist wirklich cool. So. Was hat meine Mutter diesmal gekauft? Ja, ich bin auch davon genervt, dass ich es ständig liefern muss, aber hey, ich kriege Geld dafür. Bezahlt ihr die von meinem Geld? Ich weiß nicht, ob es dein Geld ist, aber... Willkommen zum Ducatia City Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum hat eine sehr gute Auswahl. Aber manche Items sind nur in der Spielhalle verfügbar. Ja, zur Spielhalle, da werden wir doch kommen. Das ist ein ganz eigenes Thema. Oh, ich freue mich schon darauf, heute wieder einkaufen zu gehen. Mama ist sehr gut darin, Schnäppchen zu jagen. Sie hat so ein Gesch... Sie kauft nur Sachen, die einen niedrigeren Preis haben. Da muss ich nur schauen, wo man bleibt. Muss jeder von uns. Also von daher... So, was hast du denn? Ähm... Okay, also ihr seht schon, hier kann man eine wesentlich größere... Einmal eine wesentlich größere Auswahl. Nee, wenn, dann möchte ich zwei. Und ja, die sind gerade mit einer Mega-Laute da draußen rumgelaufen. Gefahren. Können Sie fast meinen, hier wäre permanent... Hier gibt es permanent Notfälle und das ist wohl leider auch so. Okay. Naja, ich habe noch genug Pokébälle, glaube ich. Poképuppen sind komplett sinnlos. Dabei kann man sicher flüchten. Hey! Man kann hier Elementsteine kaufen. Cool, das wusste ich gar nicht. Konnte man auf jeden Fall... Ich glaube, normalen Hautgrundsend sind wir nicht. Konnte man in... Press meine City in Kanto. Aber ansonsten... Die Damen hier im Einkaufszentrum grüßen ein... Grüßen hier sogar jemanden wie mich mit Respekt, der hier mit dreckigen Schuhen reinkommt. Das ist, was ich mal professionell nenne. Hey, hey! Hey, wusstest du, dass sie hier ein paar Elementsteine verkaufen? Ja, das habe ich gerade gehört. Ich finde es voll cool. Oh, ich habe mein... Ich glaube, das ist Farbbiegel. Ich habe mein Farbbiegel in der Spielhalle bekommen. Jetzt ist es mein allerbester Partner. Ja, stimmt. Hat er diesen Boden hier angemalt? Sieht nämlich sehr bunt aus. Die Existenz von diesem Einkaufszentrum sagt mir, dass Tocatia eine große Stadt ist. Die Selektion hier gibt es nirgendwo anders. Das ist richtig. Allerdings muss das nicht unbedingt so sein. Ich sage nur Route 9. Es ist ein Kauf, was einfach nur auf einer Route liegt. Auch wenn das zugegebenermaßen nicht so groß ist wie das hier. Also das ist schon größer, muss man tatsächlich sagen. So, die Kampf-Items, die ich niemals benutze... Und auch niemals benutzen werde. Ich bin wirklich ungeduldig. Ich benutze X-Init, um meinen Kampf... Um die Init von meinem Pokémon im Kampf zu erhöhen. Hey, wenn du kamst, solltest du irgendein X-Spezial nutzen. Das ist ziemlich cool. X-Spezial erhöht die Spezialattacke. Ja. Nein. Nein, danke. Weder X-Spezial noch X-Spezial-Verteidigung benutze ich. So, die dann schon eher. Die geben mir 10 EVs pro. Aber mittlerweile ist das EV-Training in einigen Punkten wirklich einfacher geworden. Aber trotzdem ist es schon nützlich. Hey, ich liebe starke Pokémon. Ich füttere sie mit Proteinen, um ihren Angriff zu erhöhen. Das ist gut. Eisen... Äh, die Verteidigung deiner Pokémon. Ja, das ist alles richtig, was ihr gesagt habt. Und jetzt? Manche Pokémon entwickeln sich nur, indem man sie tauscht. Ich kenne vier. Machoma, ähm... Machok, Kadabra, Alpollo... Ähm, ähm... Gehrok. Und ich hab gehört, dass es noch andere gibt. Ja, das haben wir in diesem Spiel aber alles... Ungeteilt, ich weiß gar nicht, worum es den noch gibt. Weil hier entwickeln sie sich wie alle anderen durch Level ab oder durch spezielle Items. Weil natürlich tauschen ein bisschen schwierig möglich ist. So, was haben wir hier denn? Ähm... Mhm. Ja, okay. Es sind schon einige nützliche Attacken dabei. Bin im Überlegen, ob ich das kaufen soll für... Für... McChicken. Feuersturb. Aber ich glaube, ich warte noch. Weil ich kann natürlich auch in... Oh, cool. Schaufler, Kehrtwände... Nee, Quatsch. Nee, nee, äh... Das ist... Strauchler. Und Ruheort. Das sind schon gute Sachen. Gute Themen. Und ich komm ja noch in die... In die... Spiele-Ecke. Von daher, ja... Mir fällt das... Ins Casino. Du kannst deine Pokémon... Umbenennen, die... Du kannst deine Pokémon nicht umbenennen, die du in deinem Tausch halten hast. Die Name reflektiert die... Gefühle des originalen Drainers für das Pokémon. Bullshit. Weil da kommen manchmal so schlechte Namen raus. Die, vor allem in Caps geschrieben. Das weiß ich gar nicht. Sonntags kommt eine Dame hier, um sie deine Pokémon anzuschauen. Sie gibt dir sogar TMs. Ja, die gibt einem Rückkehr. Was sehr cool ist. Also, normalerweise... Ich sag ein Pokémon, war das du ein Nocturl? Nein. Würdest du es gegen meinen Torco tauschen? Ich glaube, das ist... Oh Gott. Ne, ich... Sorry. Ich... Ich komme einfach zu sehr durcheinander mit den... Mit den Namen. Ähm, deswegen... Keine Ahnung. Quirtel, glaube ich. Quirtel, genau. Ähm, hallo. Willkommen zum täglichen... Zur täglichen Mahle-Ecke? Du kannst es für 300 versuchen und wir haben wundervolle Preise. Okay. Okay, bitte. Ach so. Los, Elke. Okay, das ist ein dritter Preis. Okay, das gab es... Das gab es doch im Normalen. Okay. Okay, mit... Mit Schwab war Loserge gemeint. Freitagspreise Nummer 1, TM42, Nummer 2, Finsterball, Nummer 3, eine Beere. Ja, zumindest kann man immer gewinnen. Ja, hörst du auch manchmal Radio? Welche Sendung bevorzugst du? Ich habe kein Radio. Oh, also ich mag Buenas Passwort. Immer wenn ich... Immer wenn es kommt... Immer wenn ich es erwische, ähm, mache ich mir Notizen. So vergesse ich das Passwort nicht. Deswegen ist mein Pokémon voller... Ja, äh... Notizen. Das ist vielleicht nicht so gut. Wenn du müde bist, versuche die... Äh, versuche die Automaten zu verwenden. Deine Pokémon werden sie ebenfalls lieben. Wenn ich müde bin... Die Automaten... Ja gut, ich meine, da gibt es gute Highlight-Items. Limonade zum Beispiel, halt mehr als ein Supertrank. Und ihr seht, es ist so viel billiger. Aber es braucht eben ultra viel Zeit. Deswegen... Mache ich das nicht. Weil ansonsten werde ich ja... Werde ich ja mein Leben lang dran sitzen. Wobei ich glaube, dass es auch mal eine Möglichkeit gab, mehrere von denen zu kaufen in diesem Spiel. Aber... Ich kann es jetzt nicht beschwören. So, früher gab es noch hier ein Dach, wo man hinkonnte. Aber... Ja, das ist jetzt im Prinzip das sechste Geschoss. Ich möchte aber dennoch... Na, nach ganz unten. Da kommt man eben nur mit dem Aufzug hin. Da, da. Übrigens hat man die Musik hier ein bisschen verändert. Wie ihr merkt, deutlich verändert. Ich mag die Originale mehr. Aber, ähm... Ja. Mache... 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 Helfe uns, den Container zu bewegen. Ja, kein Problem. Und so kommen wir zu einem I-Tem. Das ist ziemlich cool. Es wurde ziemlich cool hier gemacht, wenn man hier diese Mache-Gelenz auslöst. Und die das hier angeben. Oh, dieses Warenlager... Wird von den Mache-Gelenz in 0, nichts gesäubert. Die... Ähm... Das Zeug auf dem Boden ist Müll. Du kannst es ruhig haben, wenn du willst. Nein, Liz. Ich gehe einfach nicht ran. Maschock hilft mir, den Container zu bewegen. Hey, danke. Dann schau ich mal, was hier ist. Hier hat man später auch ein Münz-Amulett bekommen. Aber ich glaube, das ist wirklich erst später. Ich weiß nicht, ob man das hier ein bisschen früher bekommt. Wäre schon nützlich. So. Ja, das hier wird ohne Probleme schnell sauber gemacht. Okay, dieses Maschock will nicht. Oder muss ich da warten, bis er genau da hinschaut? Ne, scheinbar nicht. Okay, dann muss ich wohl warten, bis dieses... Maschock irgendwas macht. Ne, da komme ich auch nicht vorbei. Gut, dann... Scheint es mir so, als bis jetzt wieder hoch. Oder... Ja, okay. Okay. Da komme ich schon noch hin. Irgendwie scheint mir... Irgendwie scheint mir das immer noch komisch zu sein. Ne, ne. Das Maschock macht nichts. Ja gut, dann wird es da auf jeden Fall später irgendeine Gelegenheit für geben. So viel kann ich sagen. Aber ja, damit ihr vielleicht mal so den Unterschied hört. Denn der... Nein! Ich wollte nicht in den sechsten Stock. Oh, Mann. Ich bin so blöd. Ja, wenigstens ist es nicht so wie mein Aufzug früher. Mittlerweile ist mein Aufzug okay. Aber früher war es wirklich so, dass... Wenn man in den achten Stock hochwollt, das war erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock, fünfter Stock. Ja, wenn da nicht den Verstand verliert, Glückwunsch. Aber genau, äh... Ihr könnt euch jetzt einfach mal ein bisschen so die Ducatia City Musik anhören. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nicht ins Pokémon. Das lauft hier erstmal ein bisschen rum. Moment. Okay, hier ist die Spielhalle. Spielhalle, genau. Ein sicherer Spielort. Und... Ja! Das ist die Spielhalle in der europäischen Version. Hallo, Sir. Möchtest du ein paar Münzen? Und du hast ja gar keinen Münzbeutel. Ja, da solltest du mit Mr... Spiel... Mit Mr. Game reden. Mein Name ist Mr. Game. Ich habe... Tau... Ich habe tausende von aufregenden Spielen. Wer... Oder... Ja, mein... Mein Herz klopft wie wild, wenn man hier ein Münzspiel eingeht. Ich würde sogar sagen, das ist weswegen ich lebe. Ich suche einen wirklichen Herausforderer. Auf Spielsbild bin ich ein Münzspiel. Du kannst fabelöse Preise bekommen, wenn du schaffst ganz viele Münzen zu sammeln. Okay. Okay, hier ist dein Münzkorb. Juhu. Also zeig mir, wie du spielst. Und mein Herz wird wie Wildporn. Ja, das ist leider... Also das größte Problem hier... Also gut, ihr bekommt mal ein Pokémon für 1.000, 2.300 und 3.500 Münzen. Das ist okay. Aber die TMs sind absurd. Wirklich absurd. Okay, nee. Okay, okay. Das geht. Denn früher hat man die bei 10.000 gelassen. Das hat man jetzt zum Glück abgeändert. Und... Es war... Es ist witzlos schwierig, bei diesem Spiel 10.000 Münzen zu erreichen. Also... Zeig mir, wie du spielst. Und lasse mein Herz höher schlagen. So, das ist ein bisschen so wie Minesweeper. Ähm... How to play? Ähm... Ja, Walltop Flip ist ein Spiel, wo du Karten umdrehst, um verschiedene Nummern darunter zu finden. Die Karten, die sich verstecken, sind die Nummer 1 bis 3. Und sogar... Und Voltoballs. Die erste Nummer, die du umdrehst, wird dir so viele Münzen geben, wie die da abgebildet sind. Von da an wird die nächste Nummer... Diese... Das Multi... Die... Anzahl von Münzen, die du bekommst, multiplizieren. Ähm... Wenn es zweimal ist, wirst du... Wird die Zahl, die du bisher hast, mal 2 genommen. Wenn es die 3 ist, wird die Zahl, die du bisher hast, mal 4 genommen. Wenn du einen Voltoball umdrehst, ist es Game Over. Wenn das passiert, verlierst du alle Münzen, die du bisher hattest. Wenn du aufhören willst, ja, gibst du das Spiel auf. Wenn du zu einem sehr komplizierten Punkt kommst, möchtest du das Spiel vielleicht früher beenden. Sobald du alle versteckten... Ähm... Sobald du alle versteckten 2-3er-Karten gefunden hast, ist das Spiel abgeschlossen. Sobald du, ähm... Eine Karte umgedreht hast, gehst du weiter zum nächsten Level. Sobald du in den Level nach oben gestiegen bist, bekommst du auch mehr Münzen. Gib dein Bestes. Ja, aber da ist es absurd schwierig. Dann Hint, also Tipp. Die Nummern auf der Seite vom Brett geben dir einen Hinweis darauf, ähm... Wie viele Nummern in den einzelnen Reihen versteckt sind. Je höher die Nummer ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass viele hohe Zahlen in dieser Reihe oder in dieser Kolumne praktisch sich befinden. In der gleichen Art und Weise kannst du sagen, wie viele Voltorps in der Reihe oder in der Kolumne versteckt sind. Ziehe die hohe... Die... Die... Oder... Ja, ziehe die Höchstzahl von Voltoballs in Betracht, ähm... Während du deine Karten umdrehst. Also man soll eben vorsichtig sein. About Mimos... Ähm... Wähle Open Mimo, um die Karten zu markieren. Du kannst die Karten mit der Nummer 1 bis 3 markieren, aber auch mit deiner Voltoball-Marke. Wenn du an dir hast, was die Nummern mhm... Bedeuten könnten, berühre Open Mimo und wähle die Karten aus, um sie zu markieren. Wenn du die... Markierung... Wenn du die Markierung beseitigen möchtest, berühre die Marke gehen. Marke schon wieder ist, wird verschwinden. So, ich spiele dann tatsächlich im nächsten Part. Danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Storm Silver. Danke für die Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. mit der inflationkeit in diesem Part. Mit der Wasserober.